Was gibt denn hier für abgespackte Töne von euch? Ihr habt doch gesagt, halt die Schnauze. Flop. Ui. Nachschuf. Flop. Flop, flop. Ui. Okay. Hallo. 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 Manu. Ich klopf nie wieder bei denen an. Da, 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 da. Männchen kannst du woanders machen. Abgespacktes Mistvieh. Boah, du willst auch noch Männchen machen. Komm, mach schön Platz. Ich kann euch den ganzen Tag an die Wand nackeln, wenn das sein muss. So. Hupp. Boah, mein Freund. Was bist denn du für ein abgespacktes Drecksvieh? Komm, Damacy. Wenn ich sie... Äh. Ey. Ey. Das ist unfair. Ich war doch schon fast tot. Und dann holt er mich einfach. Hm. Na, du alter Sack. Was willst du denn von mir? Was ist so wichtig, dass du mich nerven musst? Hä? Ja, sprich. Das ist so wichtig, Damacy. Der Welt der Metal ist all die Humanität. Es muss sich... Ich habe keine Zeit für das, Insi. Ich möchte nur noch Jen und zurückkommen. Es gibt viel mehr als Jen's Leben. Du musst du mir hörst, Damacy. Nein, Grandfather, wie ich es so sagen kann. Bitte. Tommy, geh in die Spiritskafe. Ich habe etwas zu zeigen. Okay, sie hätten hier auch mal ein bisschen Deko hinklatschen können. Hm, oh, hier geht es auch lang. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Flöp. Weißt du, da hättet ihr einfach auch mal eine Tür hinmachen können, aber ihr müsst ja ständig angeben. Ich bin geist, ich brauche keine Türen, ich kann durch Wände gehen. Mäh, 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 mäh. Ach, Geister sind solche Angeber. Jen, sie ist alive. Sie ist, aber dein Training ist weit von voll. Du hast viel zu lernen, wenn du zu überleben, was vorliegen ist. Es gibt keine Zeit. Jen braucht mich jetzt. Wenn das ist der Weg, dass du bereit bist, dann soll es sein. Aber du solltest wissen, dass es da werden können. Ich werde das mit dem Zeitpunkt kommen. Wir werden sehen, Großartig. Wenn du nicht akzeptierst das Wissen, das ich dir geben soll, vielleicht du akzeptierst die Hilfe von anderen. Es gibt Brüder in dir von vielen Städten. Einige haben sich in den Schmerzen geblieben, seit Jahrhundert. Sie haben kraftvolle Medizin, Dami. Sie können dir helfen. Sie werden dir helfen. Seid ihr Feuer. Welche Feuer? Was sprachst du? Ja natürlich! Toll! Erst läuft mich der alte Sack wieder auf eine Kaffeefahrt in Sehensalz, und wenn ich mal was wissen möchte, verschmeiß mich wieder raus! Toll! Ein Glück, dass der alte Sack schon tot ist, sonst würde ich ihm sowas von den Sehensalz befördern. Andererseits kann ich einen Geist töten? Hm. Ich wüsste es zu gerne. So, wegweisende Feuer. Okay, ich kann auch Feuer machen. Ey, aber immerhin, ich wurde aufgetankt. Äh, bin ich denn bekloppt? Ich will da gar nicht rein. Na, halt still! Äh! Verpiss dich! Du Klöpschel! Klöpsch, Kasper! Komm her! Ich mag dich nicht! So! Da ist der Luftballon zerplatzt. Komm her! Ich kann den ganzen Tag auf dich ballern, wenn's sein muss! Oder ich guck dich böse an! Das kann ich auch! So, Batsche Pfote! So! Bin ich gut oder bin ich gut? Boah, 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 boah! Ich glaub dem geht's so gut! Ups! Hehe! Damit hast du nicht gerechnet, hä? Komm, fang den Geist! Ja, das können sie nicht! Äh! Du... Du... Du Idiot! Hör auf zu schießen! Okay! Ich will ganz nach oben! Ja! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Äh! Und natürlich keine Musik! Hm! Ist ja auch zu viel verlangt, dass sie beim Fahrstuhl ein bisschen Musik einbringen! Komm mal gucken! Oh! Feuer! Ich glaub ich hab was gefunden! Ah! Huh? Was? Wie? Wo? Hier sucht wohl Streit! Kann das sein? Na, komm mal her du! Irgendwas sagt mir... Den gefällt's hier! Boah! Und hier oben kann ich mich nur auftanken! Hm! Dann tanke ich mich mal auf! Und dann... Hau ich ganz schnell ab! So! Also eine Etage weiter runter! Macht Sinn! Oder? Komm ich von da? Weiß gar nicht! Es ist immer wieder geil, dass ich nie aufpasse woher ich komme! Ah! Mir lebt was! Also war ich hier noch nicht! Ich stirb! Ha! Das hatte ich wieder Blitz getroffen, ne? Arschloch! Was ist das? Uh! Spielzeug! Ein Fahrzeug! Hell ja! Yay! Flipp! Flipp! Flipp, Flipp! So, wer sucht noch Streit? Flipp! Ah! Ihr wollt Krieg! Ihr kleinen Drecksäcker wollt Krieg! Ich geb euch Krieg! Ah! Nehmt das! Haha! Ja! Wiii! 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 Na? Na? Hohohoho! Ich hol mir erstmal wieder ein aktuelleres! So! Schön auftanken! So! Wie war denn das nochmal? Ich soll dem Feuer folgen! Okay! Ich folge dem Feuer! Oh! Du willst mir auf den Sack gehen? Komm mal her du! Flöp! Oh! Lass dich doch nicht so hängen! Hahaha! Yay! Folg dem Feuer! Die Feuer werden dich stecken! Schau sie! Schau sie! Die Feuer mag ich nach wie vor! Das ist richtig schön eppig! Hm! Scheiße! Das trifft es am besten! Ihr sucht doch wohl nicht etwa Werder? Okay! Komm her! Komm her! Sei brav! Ah! Na 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 nein! Den Knopf will ich nicht drücken! Nicht zum dritten Mal! So! Ah! Ich werde hier richtig mit Waffen verwöhnt und Munition! Man könnte sich fast dran gewöhnen! So! Wer will noch eins auf die Fresse? Haha! Und ganz stylisch von links nach rechts! Okay! Gut! Damit haben wir die Schleuse wieder geöffnet! Aha! Ein Fahrschlitz auch getan! Aber gut! Ich diskutiere nicht! Nicht mehr! Ja! Du liegst ja noch immer hier rum! Puh! Dann halt nicht! Da 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 da! Hä? Oh! Drecksviecher! Okay! Ihr wollt Krieg! Ihr wollt Krieg! Ist das! Und das! Und den auch! Und... Das! Hä? 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 Was willst du tun? Hä? Hä? Eben! Fresselten! Meine Güte! Dass die Dinger immer noch auf großen Mann machen müssen! Ah! Jetzt! Mach auf die Bude! Also! Geht doch! So! Und für den ganzen Hickhack habe ich jetzt äh... 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 ja... gefühlte 20 Minuten verschwendet! Man hätte auch eine Treppe einbauen können! Oder einen Maulkorn! Für diese Viecher! Ah! Ich hasse Hunde! Vor allem diese! Ah! Aber diesen kleinen Elefanten hier, den mag ich! Hm! Der Elefant ist cool! Der Pedophant! Irgendwie kommt mir das doch hier arg bekannt vor! Ach! Noch mal die Räumschiffe an! Okay! Folge dem Feuer! Burn! Ah! Nein, 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 nein! Nein! Hör dir auf damit! Na toll! Das halbe Schiff sagt der Bart! Äh... Okay, komm ich da einfach vorbei! Äh... Äh... Nein, 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 nein! Ups! Äh! Ich hasse es! Hehehe! Dann komm ich eben wieder! Und wieder! Und wieder! Und wieder! Und wieder! And again! And again! And again! And again! Ach, ist das Leben als Geist nicht wunderbar? So, nochmal! Mal! Dumbi-dumbi-du! Langsam schleicht der Chirurgie! So... Na, immerhin! Sehr sozial! Die Dinger, die ich kaputt gemacht habe, bleiben kaputt! Äh... Okay! Banzai! Hu, hat geklappt! Hey, geil, der Mars! Ne, Moment! Neptun! Neptun war blau! Genau! Jetzt habe ich es endlich rausgefunden! Oh mein Gott! Wow! Hohohohohohoho! Tut euch mal die Aussicht hier an! Wow! Das ist ja ein Riesenkasten! Meine Güte! Das muss doch ein paar tausend Dollar kosten! Um den Laden in Schuss zu halten! Ah! Ich denke mal, ich habe hier nicht so die große Auswahl! Oh! Der Todesstern! Geil! Knöpf, knöpf! Klopf, klopf! Hallo! Okay, da will ich mich nicht durchlassen! Dann fliege ich einfach mal in die andere Richtung! Wow! Aber schaut euch das mal an!